So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Worker's and Resources. Ich bin immer noch Zubarock und immer noch ist Sonntag Livestream. Und, ähm, dat löppt. Das läuft auch. Wunderbar. Warte mal auf. Wie weit fahren die denn jetzt hier? Alter, guck mal hier, die krabbeln wirklich diesen Berg hoch. Alter Freund, wer hat denn die Straße hier gebaut? Oh, da will ich nicht mitfahren. Da bist ja siegkrank. Und die fahren einmal direkt um den ganzen Pudding rum. Die fahren da nämlich runter. Wie kriegen wir da den, 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 den? Ah, am liebsten will ich ja... Am liebsten will ich ja irgendwie hier oben da irgendwie rauf, ne? Dass wir da irgendwie raufkommen. Aber wie kommen wir da am besten hin? Das ist die große Frage. Man könnte hier... Man könnte hier an diese Straße ran. Dann, dann kommst du auch theoretisch überall hin. Oh, was ist denn hier los? Oh, ähm, ja. Abkneckende Vorfahrt klappt schon, ne? Ähm, die Straße sind nicht so optimal. Die sind nicht ganz so optimal, würde ich sagen. Aber die Kreuzer haben wir doch schon hier durch, ne? Oder nicht? Ja, die haben wir doch durch, klar. Ist aber sehr abknickend, das stimmt. Die hätte ich anders bauen müssen. Aber na gut, jetzt kann mich das nicht ändern. Jetzt überholen die Runde da auch noch. Alter, so, lass mich nochmal rausnehmen. So, Überholverbot. So, hier, Überholverbot. Hier, Überholverbot. Feierabend. Schluss mit lustig. Okay, nix hin. Da auch nicht. So, hier. So. Komisch, aber ich sehe, jetzt läuft das wieder. Bis hier vorne. Die fahren natürlich durch die Bushaltestelle durch, ne? Das klemmt so ein bisschen. Ah, das Blinken finde ich cool, ne? Ich finde das so cool. Ah, ich finde das ja cool, ne? Das Blinken, ich finde das so cool. Ach, wie schön. Na gut, so. Aber jetzt nicht ablenken lassen, ne? Er speichert schon wieder Sekunde. 3, 2, 1, so. Ähm. Pass mal auf. Am günstigsten wäre das, wenn wir irgendwie hier rauskämen. Irgendwie da, irgendwie da oben hoch. Aber ich glaube, das Problem ist die Straße, ne? Das ist aber nicht das Problem. Ah, wie kriegen wir das denn am besten hin? Ach so, ja. Bergberg und GmbH. Machen wir das doch mal wieder. So. So. Vielleicht kommen wir da ja runter. Aber ich glaube eher nicht. Ich fürchte fast nein. Wir brauchen eine Brücke. Irgendwie von hier oben. Auch nicht. Von hier nach hoch. Eventuell kriegen wir das ein bisschen hin, wenn wir das doch ein bisschen... Ach, wie haben wir da so schöne Sachen hier. Ein bisschen angleichen. Eventuell klappt das ja. So. Die können nicht amerikanisch abbiegen. Was ist amerikanisch abbiegen? Stell doch mal eine Kontrolle auf für die Umweltplakete. Schwarze und Rot sind auch zulässig. Ach, um Gottes Willen. Eine Skischanze, Frankie. Genau. Wir bauen eine Skischanze hin. So. Ähm. Warte mal. Hier, ne? 12 Prozent. Wir müssen noch weiter zurück. Wir müssen noch weiter zurück. Ach, du großer Gott. Irgendwie kriegen wir da schon hin. Irgendwie wird da schon eine Brücke werden. Irgendwie wird da schon eine Brücke werden. Ah. 12 Prozent. Wir müssen noch weiter rüber. Ah. Rrr. Warte mal. Haben wir da noch ein... Ne, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Wir müssen noch dichter eine Straße ran. Ein paar Kürzen können wir das auch nicht, ne? Hügel verursacht hast du nicht gesehen. Ja gut. Ich meine, das ist klar. Hier noch was wegnehmen. Jetzt wird schon wieder dunkel. Ach, ich hab schon wieder nicht darauf verachtet, dass wir hier... Na ja. Hinüben wissen wir uns ja. Irgendwann kriegen wir hier eine Brücke rauf. Irgendwie. Irgendwann. Warte mal. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Pügel verursacht. Da ist verursacht. Warte, wo ist denn jetzt hier? Ähm, Sekunde. Da. Kommen wir denn hier? Kommen wir denn irgendwie... Wenn wir hier runter gehen, eventuell? Kriegen wir auch nicht hin. Hier können wir auch nicht hin. Nein. Wie das wieder klappen. Bis dahin. Das klappt. Bis dahin. In der normale Standardstraße geht das. Von da. Überschneidung mit vorhandener Konstruktion. Was? Sagen wir nicht, dass... Das ist ein bisschen Stromkabel da. Alter, das ist doch nicht wahr sein, oder was? Oder wie? So, dann nehmen wir das kurz weg. Und vergessen, das Ding wieder hinzubauen. Achso, das Anstieg ist zu groß. Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ach, das willst du da auch nicht anbauen. Ach, du Himmel. Warte mal. Nehmen wir das nochmal weg. So. So, wie weit kommen wir denn hier? Da will es hin. Aber da oben nicht, oder was? Oder wie? Alter, Freund. Ja, das geht schon mal nicht. Ach. Das kriegen wir schon hin. Also, wie gesagt, dauert es ein bisschen länger. Aber ich meine, ne? Jemand klappt das hier? So. Kennt ihr selber. Der spielt, der weiß selber, wie das ist. Ähm. 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 Hügel verursacht Kollision. Kommen wir denn da irgendwie raus? Achso. Da oben kommen wir raus. Ach, du Himmel. Pass mal auf. Dann reißen wir das nochmal weg hier. So. Hügel verursacht Kollision. Warum gerade da? Hier wäre das überhaupt nicht mal. Mach da einen Hügel hin. Da kommt diesen blühen Berg nicht hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Ich will den Berg aber da hoch. Warum muss hier so ein Mörderberg sein? Warum? Warum muss hier so ein Volk der Berg sein? Das ist ja furchtbar. Ähm. Es ist zu steil. Es ist einfach zu steil. Wir kommen ja nicht anders hoch. Ach, wie schön. Es gibt mir noch mehr Möglichkeiten. Noch mehr. Zu steil bergab. Passt da jetzt die Brücke ran? Bitte lass da die Brücke ranpassen. Nee, Brücke. Ein bisschen. Vielleicht, eventuell. Alter, ich will denn die Brücke hoch? Das gibt's gar nicht. Jetzt hökern wir schon so ewig lange mit dieser scheiß Brücke rum, muss ich fast sagen. Wie weit kriegen wir das denn hier? So. Da ist eine Pipeline im Weg. Ich weiß. Aber das macht nichts. Die reißen wir nachher ab. Können wir irgendwo hier rum? Nein, kommen wir nicht, weil da der Berg im Weg ist. Hügel verursacht Kollision. Wann mal. Wir reißen das nochmal weg hier. Kriegen wir diesen blöden Hügel da irgendwo weg? Das kann doch nicht so schlimm sein, diesen blöden Hügel wegzukriegen, oder? Dann macht diesen Hügel da ein bisschen weg. Hügel. So. Können wir da nirgends wo hoch? Das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht. Warum kommen wir da nicht hin? Das ist echt nicht wahr. Weil die Pipeline, die muss irgendwie... Ja, die muss auch mal weg, ne? Ach Gott. Ich krieg den noch zum... Zwölf. Da passt es. Ah, hier. Da passt es hin. So. Endlich. Nur hoffe ich mal, dass es eine Straße daran passt. Da ist ein Gebäude im Weg. Nur so nebenbei. Machen wir anders. Machen wir anders. Ähm. Ach, kann ich benutze denn meine Fahrzeuge drauf fahren? Ich glaub's jetzt, dass es hier nicht mehr ist. Äh, das ist einfach. Fahr da weg. So, jetzt aber. So. Warum ist es jetzt dunkel? So. Straße. Da ran. So. Zack. Und Straße da ran. So. Das haben wir. Jetzt komm ich hier in die Straße ran. Jawohl. Die nicht passt. Warum passt es da wieder nicht? Warum passt es da wieder nicht? Das ist ja nicht normal. So. Nochmal. Gibt's dann gar nicht. So. Jetzt aber. Komm. Mal möglichst keine Verbindung. Das wär auch cool. So. So. Jetzt haben wir's. Ich glaub das nicht. Bis mich jetzt ver- Vercoolen oder so. Eventuell. Überschneidung mit fahrender Konstruktion. Das soll doch nicht wahr sein. So ein bisschen Brücke da. Das kann doch nicht so schlimm sein, da eine Brücke zu bauen. So. Jetzt müsste es aber auf Null runtergegangen sein. So. Jetzt. Endlich. Meine Güte. Machen wir eine Straße hier oben hin. Wehe nicht. So. Das haut hin. Um Gottes Willen. So. Jetzt müssen wir die Pipeline hier wieder anklemmen. Na. Das wird bestimmt ja so eine Mörder-Hüllen-Aufgabe. Und doch nicht. Hat mal geklappt. Du hast dich mal wundern. Cool. So. Jetzt haben wir oben noch Strom. Das müssen wir auch noch wieder zusammenfummeln. Dürfen wir auch nicht vergessen. Was ist denn da für eine Stromanlage? Die da, ne? So. Und zwar. Und da nach da. Fertig. Gut. Meine Güte. Easy. Nee. Gar nicht. Das ist schon mal fertig. Cool. So. Können wir die Straße auch fertig bauen? Ähm. Kostet nur 600.000. Glaube ich war es, ne? Aber 5 Millionen mit Nerven, ne? Die gleich mal so versagen würden. Jetzt müssen wir sehen, dass wir hier oben das irgendwie verbunden kriegen. Ich will gerne die Straße, die hier unten ist, die da, quer hier durch. Irgendwie. Ich hab keine Ahnung, ob das mit dem Tunnel funktioniert. Da haben wir doch gar nicht probiert, ne? Tunnel. So. Ähm. Und zwar. Wow. Wow. Glauben wir nicht, dass es mit dem Tunnel geht. Glaubst du ja nicht. Jetzt kriegen wir natürlich die Bahn da nicht hin, weil, ne? Die Stütze bleiben, wie ich es. Natürlich. Da ist auch ein Tunnel. Bauen wir das mal hier rein. Und zwar. Hier raus, ne? Hier raus. Lass die Stütze nicht im Blick. Oh, Gottes Willen. So. Tunnel. Da ist er. Schön. Jetzt kommen wir hier, weil wir schon wieder nicht hoch, ne? Natürlich nicht. Warum sollte das anders sein? Ich könnte heulen, könnte ich. So, wo ist mein, wo ist mein... Hier. Egal. Jungs, mach das gerade hier. Ähm. So. Müssen wir das Teil nochmal wegnehmen hier? Hier wird man auch nochmal wegnehmen. Alle Pläne löschen. So. Ähm. Da. Versuchen wir das nochmal. Von da unten. Tunnel. Was, was ein Akt? Was ein Akt hier? So. Tunnel. Bisschen Straße. Ich wollte ja sagen, andere Struktur. Wenn du mich nicht glaubst, als ich. Und die Straße kommt hier raus. Gottes Willen. So. Bau das jetzt. So. Jetzt will ich das wegmachen. Ich will das nicht mehr sehen. Gottes Willen. Da bist du ja verrückt. Bist ja. So. Bau die Straßen fertig. Ich muss noch kurz durchatmen. Sekunde. Wie nennen wir die Folge, Brücke des Todes oder sowas? Ich glaub schon. So. Endlich ist sie fertig. Der Tunnel fehlt nur ein bisschen. Gut. Das dauert ein bisschen länger. Tunnelbau dauert ein bisschen länger. Das dauert auch Ewigkeiten. Bis du da so ein Loch durchgebohrt hast. Ne? Das ist ja irre. So. Baubüro nicht vorhanden. Weil. Ähm. Warum ist das Baubüro nicht vorhanden? Weil. Ach. Wir haben die Straße nicht. Da helfen wir mal nach. So. Weil ich hab das Gefühl, das hier wird ein bisschen größer werden, ne? Wir werden da sowieso noch ein bisschen mehr dran rumbauen. 62.300. 62.400. 500. Juhu. 95 Prozent. Coole Sache. Coole Sache. 120 Prozent. Produktivität. Ja, wir haben's wieder hin. Ist doch, ist doch, ist doch, ist doch genial. 114 Arbeitslose. Auch nichts. 65 Jahre werden die alt. Im Durchschnitt. So, keine Bermutti-Wohnung, aber wir haben ja noch Wohnungen. Ne? Wir haben ja noch einen ganzen Arschhol-Wohnung. Aber wie gesagt. Gottes Willen. So, aber für diese Folge soll es gewesen sein, glaube ich. Das soll, äh, soll reichen. Die Todesbrücke. Na gut, dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.